Lesen bildet nicht nur. Lesen ist noch immer für viele Menschen ein sinnvolles Hobby. Dabei wollen die meisten immer noch das gedruckte Exemplar in den Händen halten. Einmal ausgelesen, dürstet es den Literaturfan nach Neuem. Auch aus Platzgründen im eigenen Zuhause sind Bücherzellen die optimale Lösung. Eine geniale Idee. Das war unser Oberbürgermeister, der Herr Kötzinger. Der hat sich auch darum gekümmert, dass die Bücherzellen eingekauft werden von der Telekom, also die alten Telefonzellen. Und dann wurden die hier aufgestellt. Heute wurden nach den bereits bestehenden in Brunn, Schneidenbach, weitere in Rotschau, Obermühlau und Friesen von der Jürgen-Fuchs-Bibliothek bestückt. Wie hier in Rotschau können nun von Jedemann fleißig Bücher getauscht werden. Wir haben in Eichenbücherzellen alles Mögliche stehen, also über Belletristik, also Romane, historische Romane, Krimis, Thriller, all sowas. Aber auch Sachbücher, zum Beispiel Koch- und Backbücher, Bücher über Gärtner, Natur, all sowas steht bei uns in den Bücherzellen. Angst haben, dass alle Bücher vergriffen sein könnten, muss keiner haben. Erstens soll ja jeder ein eigenes mitbringen. Zudem füllen die Mitarbeiter genannter Bibliothek die Bestände kontinuierlich auf, beziehungsweise wechseln diese untereinander. Buchspenden nimmt die Bibliothek ebenfalls gern entgegen. Oder es klappt vor Ort. Ja, auch TV Westaxen findet natürlich diese Idee hervorragend und möchten das unterstützen. Wir haben in der Redaktion gesammelt, wir haben also mal ein Fachbuch und ein Bildband und ein bisschen was für die vernachlässigte deutsche Sprache. Das möchten wir symbolisch übergeben. Es sind natürlich noch mehr Bücher, auch ein bisschen Belletristik haben wir mitgebracht. Und vielleicht für einen Azubi ein Tabellenbuch und Metall ist heute noch genauso die Formel. Also, bitteschön. Dankeschön. Dankeschön.